hallo und herzlich willkommen zu einer runde poli bridge ja ich habe jetzt hier die strecke weiter gemacht gebaut und bin auf dieses ergebnis gekommen und bin unter dem budget das war einfach alles einmal kurz ablaufen da heute hier ins ziel rein und da ich habe gerade habe ich was geändert hallo noch mal das kann doch nicht wahr sein ich glaube mein schwein pfeift was ist denn jetzt hier los ich habe doch nichts geändert ah das gibt es doch nicht das spiel ist manchmal so komisch dann klappt es und dann wird es noch mal anschauen noch mal durchlaufen dann klappt es wirklich ein kart hatte ich das schon mal so gebaut gehabt dann wollte ich es aufnehmen dann ist das spiel abgestürzt habe ich auch noch nicht gehabt dass das spiel abgestürzt ist aber ist bei mir abgestürzt das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein ich glaube ich bin hier in falschem film schnell aber ich weiß nicht soll ich das jetzt mal weiter ausprobieren ihr habt es ja gerade gesehen wo ich play gedrückt habe war der bus ja drinnen gewesen und ach ich kann nicht mehr ich bin fertig so hat wieder geklappt ok gut schnell zum nächsten bevor er noch sagt oh swing jump ja ja ok ok kann man mal machen darüber schwingen und hat es schon rüber schwingen da brauchst du hier aber so balkenholz straße gut gut kabel Durch die kann ich auch nicht gucken. Holz. Mara Crude wieder aus. Bei... nicht ganz. So. Hey. Würde ich lieber zwei Balken machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Fährt zu schnell. Guck, da schwingt und da raubt. So. Ich bin schon. Noch mal fest. Oh, cool. So, vielleicht, da fällt zu tief. Aber wenn ich das wegnehme, dann gießt mir da sowas von rein. Obwohl auch nicht. Nicht mehr. Das geschwolle hält noch nicht mal aus. Äh, hält noch nicht mal die Teile alleine aus. Das ist ja übel. Übel. Trott. 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 aber es ist alles mit stahl Verstärken? Oder nur die Umrisse? Nein. Hm. Verließen würde ich ja hier so einfach runterbauen. Aber ich habe nur 7 Straßen. Also das jetzt sicher ist nur... Ne? Ihr wisst schon. Einfach so testen. Was passiert, wenn er gegen Ballon fährt? So. Hm. Habt ihr schon eine Idee? Ist noch nicht so richtig. Aber es könnte hier noch was. Geben. Ehm. Straße. Geben wir mal eine Straße dann. Geben. 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 Keine Traulika. Kein Split. Ich habe verstanden. Ach, sick. Kabel, Kabel. Holz. Oh! Ich glaube, ich bin voll auf dem Holzweg. So was von. Strasen. Und das ziehen wir einfach mal so hoch. Und dann nehmen wir noch mal mit Koppel. Und 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 So? Nee? Du? Och nää? Du? Och nää? Och nää? Mäh! Das ist jetzt so schwer, deswegen reißt der Mama. Wie kann man das noch machen? Wenn ich den Stahlträger nehme. wenn sich das jetzt dreht es dreht sich dann so auf den kopf also sprich die öffnung ist da unten stein straße stross und jetzt springt er und auf jeden fall dann muss er so gut auflegen so das sollte jetzt hier so ein korps sein wo er dann reinfällt ich glaube ihr wisst was ich meine stahl so dass du dann da drinnen liegen und dann hier irgendwie so rausfliegen wenn das geht das nicht mehr so schön Nein, geh in den Korb rein und dann Flapp, auf, Licht, raus, ins Ziel rein. Oh, nee, ey. Ich möchte einfach den weg machen und da einfach rein setzen, dann fällt er unten raus gleich. Das geht auch nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Musste ich doch, das geht nicht. Das sind so Sachen, die kann man sich denken, was die passieren, aber man denkt dann vom Weg, na komm, probier es mal. Diese eine Minute haben wir ja auch noch. Noch nicht mal eine Minute, aber egal. So, noch ein paar Sekunden. Wenn ich deine Straße reinsetze. Der hält ja manchmal irgendwie ein bisschen mehr wie Holz. Guck mal, und dann hier so raus. Das ist alles so ein Wunschdenken, was ich habe. Kennt ihr doch auch das Problem? Oder habt ihr auch öfters mal gehabt? Ach, nee. Ach, nee. Ich muss mich jetzt mal aufstellen jetzt ab. Weißer ja gerade auch abgebrochen. Nein. Der haut den Kopf sich ein. Aber jetzt, pass auf, jetzt klappt das. Und, Simsalabim. Der verliert ihn viel zu früh. Aber ihr seht, ich bin schon ein Stückchen weiter. Ja, bleib drinnen. Ja, bleib drinnen. Fliege rüber. Aber, so habe ich mir das vorgestellt. So. Also, ich sag mal, das sieht jetzt mal gar nicht mal so verkehrt aus. Also, nur ein bisschen Feineinstellung. Und, dann, können wir das hier einmal so als fertig sehen. Oh, da feiner, feiner. Da fehlt immer viel. Warum sind denn die Punkte eigentlich da? Ich habe ja jetzt schon über dem Budget. Oh, ich glaube, das war falsch jetzt. Er fliegt, er fliegt. Nice here. Wir haben es geschafft. Allerdings, wir sind noch über dem Budget. Ähm. Ich tausche jetzt einfach mal hier den hier aus. Und den hier aus. Knall ein bisschen Holz rein. Das ist schon wieder in ihrem Budget. Das kann doch nicht wahr sein hier. Mensch. Vor allem, wie ihr auf dem Dach so durchs Seerutsch. Das sieht so geil aus. Das ist schon geil. Ich probiere mal, den hier wegzumachen. Und. Knall dafür. Ne. Anscheinend auch nichts rein. Doch, jetzt da. Den rein. So. Jetzt aber. Look it. Und am Budget. Und. Das kann doch nicht wahr sein. Nur mal ein bisschen geändert. Da habe ich noch nichts mal geändert. Nur hier vorne. Und schon läuft das alles ganz anders ab. So, jetzt. Ich habe gerade voll Hunger. Oh, ich muss auch gleich los. Das sehe ich gerade. Okay. Flieg. Flieg. Nein. Halt nur eine Straße. Auf nur eine Straße wird das nicht aushalten. Nein. Oder schon wieder so teuer. Ach Mist. Mystica Calaca. So. Der ist nicht drin. Da ist wieder nicht drin... also muss schon weiter Besserungszeichen. Halt ihn weiter fest! Jetzt kann sie loslassen! Nein! Ach, Menno! Komm schon! Hau ihn raus, jetzt! Ja! Nein! Nein! Boah! Aber jetzt! Oh, nun geht's! Nun geht's! Das ist es! Obwohl jetzt, was ich gerade sah, es fliegt ja bestimmt schon vorher raus. Aber anscheinend, ich meinte eigentlich, oder dachte eigentlich, weil es hier jetzt so gerade Connath! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube wir machen den hier weg Wir setzen da einfach eine Straße für rein Jetzt schon wie alles so schwer Komm schon und flieg durch Und sogar noch richtig aufgekommen Das ist doch meine Höchstleistung So, jetzt könnt ihr kommentieren War das gut Ich finde das war genial Das ist einer meiner schönsten Brücken Die ich je gebaut habe So, dann wünsche ich euch Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Tschüss